Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Samsung Galaxy M21 Smartphone. Ja, Smartphones heutzutage nicht mehr wegzudenken aus dem Alltag. Hier haben wir ein sehr interessantes Angebot aus dem Hause Samsung. Vor allem was den Preis anbetrifft, dass es endlos viele Smartphones auf dem Markt gibt und ein hoher Konkurrenzkampf worden ist, das ist dir bestimmt auch schon aufgefallen. Bei diesem Smartphone hier von Samsung finde ich schon mal interessant, dass der Preis wahrlich überschaubar ist. Da ist es natürlich sehr spannend, was du hier bekommst für diesen Preis. Man muss dazu sagen, die Technik, die entwickelt sich ja stetig ganz, ganz schnell weiter. Sprich, was du hier für einen recht vergleichbar günstigen Preis bekommen kannst, Das hat vor 5 Jahren bestimmt noch deutlich, deutlich mehr gekostet, ja, von diesen technischen Aspekten her. Deswegen finde ich das schon mal interessant. Samsung natürlich auch eine hohe, hohe Bekanntheit in Sachen, ja, generell technischen Gadgets. Deswegen auf jeden Fall schon mal ein interessantes Angebot. Ich würde sagen, wir schauen uns auch ein paar Eigenschaften zum Samsung Galaxy M21 Smartphone auch genauer an. Ja, scharfe Auflösung ist wirklich sehr wichtig, wenn man das Smartphone oft verwendet. Denn das ist ja für die Augen auch angenehmer, wenn es eben, ja, eine scharfe Auflösung hat. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und sehr schön zu sehen. Unglaubliche Energiereserven. Mit dem 6000mAh Akku haben sie genug Power, um auch unterwegs voll in ihre Lieblingsserie oder ins mobile Gaming einzutauchen. Das ist definitiv echt gut, diese Akkuleistung hier, vor allem für den Preis, kann sich das sehen lassen. Da merkt man, dass Samsung in der Tat einiges an Erfahrung und Expertise in Sachen Smartphone mitbringt. Drei Kameras für viele Perspektiven. Die Triple Kamera bietet für fast jede Situation das passende Objektiv und zeigt sie von ihrer schönsten Seite mit der 20MP Selfie Kamera. 20MP ist für den Preis wirklich gut, also kann ich wirklich nicht meckern. Wirkt sehr interessant auf mich. Was du hier doch für ein erstaunlich kleines Geld bekommen kannst. Ja, gefällt mir in der Tat gut. Da steckt Power drin. Freuen Sie sich auf einen internen Speicher von 64GB und 4GB RAM für nahtloses Multitasking und viel Platz für ihre Songs, Fotos und Videos. Ja, auch 64GB ist bei dem Preis echt erstaunlich, wie ich finde. Da kann man einiges drauf speichern. Man muss natürlich dazu sagen, in Zeiten von Streaming haben viele Leute das Gefühl, hey, so wichtig ist der Speicherplatz auf meinem Smartphone. Eigentlich auch nicht mehr so, ja. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr angenehm, dass du hier einiges bekommst. Vor allem eben für den Preis. Bin ich der Ansicht, dass Samsung hier ein solides Smartphone anbietet? Ist natürlich im Endeffekt Geschmackssache. Wie bereits gesagt, es gibt so endlos, so endlos viele Smartphones auf dem Markt, dass man verständlicherweise nie so genau weiß, hey, ja, wofür soll ich mich hier eigentlich entscheiden? Als Anfänger würde ich da natürlich sagen, vielleicht mal mit einem günstigeren Modell anfangen. Ist meistens ein bisschen einfacher, um zu überlegen, ja, was brauche ich überhaupt in der Smartphone-Welt? Muss ja nicht gleich das teuerste Exemplar überhaupt anschaffen? Und hier finde ich es eben schön, dass wir aus dem Hause Samsung ein preiswertes Smartphone bekommen. Mir gefällt es und, ja, halte ich für ein interessantes Angebot aus dem Hause Samsung. Das Amazon-Angebot zum Samsung Galaxy M21 Smartphone werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du dir sehr gerne mal anschauen, wenn du dich dafür interessierst. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute, ciao. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit.